So liebe Freunde gleiche Einstellung, nur jetzt mit dem Handy und nicht mit der Helmkamera. Ich werde nachher gleich noch ein paar schöne Fotos machen. Nur einen kurzen Schwenk ringsherum. Das tolle Ambiente, die tolle Umgebung. Die Flügel ist in der Nähe des Flügel. Untertitelung des ZDF, 2020 Aber fantastisch, geht kein Wind, alles total windstill, dazu noch dieses Traumbike, also besser geht es kaum. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So liebe Freunde, da geht es dann jetzt vielleicht mal mit der Helmsequenz weiter. So liebe Freunde, Helm ist wieder auf, Helmkamera ist an, dann verabschieden wir uns mal von diesem wundervollen Ort hier. Badesaison ist ja jetzt vorbei, weil sonst wäre hier wieder alles voller Badegäste. Mach das Bike ein bisschen umdrehen. So, geschafft. Und weiter geht es. Man kann das heute auch als meine erste Geländetour ansehen. Das erste Mal, dass das Bike Schmutz unter den Füßen hat, unter den Rädern. Das ist das Badegäste. Das ist das Badegäste. Also, ich bin zu Ende. So, hier ist das Badegäste. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020